Nivrittjasana, die Stellung des Verhüllens. Elena zeigt, wie es geht. Sitze in einer Stellung mit gekreuzten Beinen und dann kreuze die Arme vor dem Brustkopf, verschränke sie und sitze gerade. Bringe dabei den Geist nach innen, schließe die Augen und konzentriere dich zur Nasenspitze. Zu Nivrittjasana gehört auch die Rezitation des Arihanta-Mantras. Wenn du das kennst, dann rezitiere es geistig. Nivritti heißt unter anderem Verhüllen und Umgeben, aber insbesondere heißt Nivritti auch das Zurückziehen von der Welt. Und so steht Nivrittjasana auch dafür, dass du für die Zeit der Meditation nach innen gehen willst, dich von allem zurückziehen willst und dich lösen willst von allen Verhaftungen.